Ja, wir haben gerade den Lärmaktionsplan beraten. Wir sind grundsätzlich sehr froh, dass es eine solche Planung gibt, dass jetzt endlich auch mal systematisch das Thema Lärmbelastung durch den Straßenverkehr angegangen wird. Es sind 360 Abschnitte im Straßenraum, die zu sanieren sind, wo es also deutlich zu laut ist, sehr deutlich zu laut. Was wir aber nicht teilen, das ist die Einschätzung der Verwaltung zu dem Verkehrsflug, Fahrradclub Deutschland, weil da nochmal deutlich gemacht wird, seitens der Verwaltung, dass es eigentlich eine Politik ist, die den Autoverkehr überhaupt nicht beschneiden will, während wir doch meinen, dass zum Beispiel alternative Verkehrsformen, Fahrradverkehr auch zu Fuß gehen, mehr gefördert werden müsste. Und wir sind auch der Auffassung, dass man zum Beispiel das Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen durchaus auch angehen sollte und in jedem Einzelfall abwägen muss und nicht grundsätzlich sagen kann, an Hauptverkehrsstraßen wollen wir das nicht. Aus diesen Gründen, also aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung aus dem Verkehrsbereich, haben wir dann den Plan abgelegt, da die Mehrheit des Rates unseren Vorschlägen da nicht folgen wollte.